Heißer Sex Das haben unsere Kommunisten gemacht Ich bin kein Kuschelkipp Das Budget ist in einem Fass und das hat so viele Löcher, dass es egal ist, wie viel man oben hineinschüttet Ja, ich halte es für unerträglich Ja, man muss zuerst die Löcher abdichten Und die Löcher sind lauter invalide Pensionisten Ja, ich halte es für unerträglich Ja, invalide Pensionisten werden wir uns allalong nicht leisten können Ja, ich halte es für unerträglich Ja, Intension Und man kann nicht gekündigt werden Ja, ich halte es für unerträglich Heißer Sex Du musst zuerst die Löcher abdichten Ja Gnade vor Recht Habe ich auch gehabt in der Schule Ja Du musst zuerst die Löcher abdichten Ja Dann strahlen auf die Augen Die valide Pensionisten wollen hier integriert sein Ja 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 Finance ist was anderes als die Kieberei Ja 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 Der Rhythmusbekämpfungspaket Habe ich auch gehabt in der Schule Ja 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 Passprediger Manchmal denke ich mir, das wäre ich gerne Ja 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 Golden Handshake Die Kommunisten, die sehr intensiv gearbeitet haben Ja Ja Die Zeit, die wir uns gegeben haben, ist Shortly Ja 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 Und auf ihre Frage, was das heißt, sage ich ihnen Shortly Without von Delay Ja 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 Du musst zuerst die Löcher abdichten Ja 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 Dann strahlen auf die Augen Damals war es dann verbrennt und gegen die Juden, aber gemeint waren Lauter invalide Pensionisten In meinem verwandten, bekannten Freundeskreis nennt mich niemand mit sich Ja 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 Schleinig ist es, Frau Kollegin Ja 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 Lauter invalide Pumperl Gesund In Pension Ja 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 Du musst zuerst die Löcher abdichten Ja 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 Die Markeffekter hat mit Invalide Pensionisten Nur am Rande zu tun